anzugreifen überspannt dabei in einer pfütze in kurve eins den bogen das marokko aber dann erwarten wir einigen mehr oder gehen eine kräftige fliegen das war klar mich nicht mit einsatz unterwegs und klasse wie das auto eingefangen hat 1 taquini cornell und dann bereits die ersten chevrolet während andy prio mit ramponiertem bmw das zweite mal an diesem wochen was passiert ist oder man viel zu schnell die schikaner eingebunden oder wurde getroffen vorhin alleine das auto anschließend raus jetzt gibt es die rote flagge ob es passiert ist oder war noch flott unterwegs man der ochs der war doch schon vorne ja qualifiziert sich damit für startreihe 5 das können wir jetzt fahrerseite richtig raus jetzt kommt rot von iva muller ist hinüber das war es war aber richtig flott ist so eingeschlagen und dann einmal rum rad ausgerissen von rechts das waren rot geschaltet ist und los geht's nicht stehen geblieben und dahinter da kommen sie zum glück alle vorbei nein 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 geht er da fliegen das war haf haf auf der nächste nächste ach du lieber gott so jetzt werden wir mindestens ein safety kile eben wenn ich sogar rotes tun den kompletten abbruch da sind die bambu kaputt gegangen ist bei der aktion er schießt darüber jetzt bekommt er ein von montiero oder erteilt 1 doch bekam einer auf die ecke hinten an dann bekommt er von fredi badd fredi badd war noch mit drin ist doch nicht gewollt da fliegt die kette reaktion wo die bambu autos sich gegenseitig treffen und herrn an war alle menü auch jetzt gibt es ein renner ab ich möchte das war es jetzt freunde das war aber abzusehen das war die mal diese aktion hat ist eigentlich schon zu spät der ist da voll in die mauer dabei komplett in die mauer verschoben die ganz fix ist es natürlich noch nicht und ein ängster autos nicht vergessen ob es das geben eine position auch und menü hat michkulis was outside of prio und trying to find his way back in und bonnett flippt up didn't see that live did we no and so norbert michkulis gets knocked aside alan menü und 9th oh and a left rear puncture for michael nukia reach see that did i oh puncture wheels off the wheel came off the bamboo engineering chevy lecchetti and he is straight through the gravel trap and way off down one turkington's off now i wonder if he had some assistance i'm guessing there was probably a little bit of a looking at his rear bump but oh freddy that's that was clumsy but you have to say with the way that montero is losing ground and a huffs off as well he had farf was right the hiding has had always oh he just went off well no he didn't no look he's oh i don't know has he i thought he lost the back bumper i'm not sure i'm not sure i'm not sure he's usually it's right in the bigger garage now and now goes down drifts right out wide now was that a little notch from lotte aber wieder hätte gedrängt nach 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 nehm freunde das ich hab mir gar nicht setzt auch noch mal getroffen worden jetzt neuer versuch von trio jetzt lässt fahrfußplatz aber jetzt kommt da wird das war nicht das war durchaus das war ein hartes manöver von allemin nicht ansage eigentlich und die ist auch draußen aber richtig punkte vielleicht Absolut. Und auf der anderen Seite. Oh, wieder Finani. Finani schießt jetzt ins Abseits. Das war's. Das war's jetzt, ja. Selbst Franz Schulz. Stehenden Start. So, dann sehen wir es nochmal. Und Boardman nimmt ihn jetzt auf die Hörner. Pass mal auf. Hey, es war Freddy Barth. Es war Freddy Barth. Ja, der nimmt ihn auf die Hörner. Das ist Mikaelis, der in 5. vor der Fafers. Tucks in und drifts aus. Das ist Christian Paulsen. Das ist Freddy Barth. Montero ist auf dem Gras, auf dem innen. Und, wie du gesagt hast, Matt. So, 2 hat Fafers. Turkington hat gemalt. Hier kommt Mikaelis, auf der Seite, auf der 5. Position. Turkington war 3. in der Penultimate Court. Es sah nicht genau, was passiert. Turkington auf dem innen. Hanging auf der 5. Position. Oh, Kontakt. Und er hat auch Möller getroffen. Möller wird diese Schlage halten. Aber was Dämpfung zu den Frenzmanns Auto gemacht hat? Championship Leader in a mess. Turkingtons Auto jetzt. Diago Montero hat sein Auto gerade in die Schikade rausgefeuert. Trifft den Reifenstapel Volley. Und das hält keine Radaufhängung aus. Hat er Glück gehabt, dass er nicht kräftig eingeschlagen ist. Er hätte das Auto aber richtig verschrotten können. Laufen. Oder gibt's noch einen zweiten Schuss. 4 Minuten haben wir noch. Und da geht der nächste fliegen. Und das ist so am Haft. Und da zaubert noch jemand. Und trifft den Teamkollegen. Das darf doch nicht wahr sein. Haft und Menü schießen sich hier gegenseitig ab. Das ist ein Albtraum für Erik Neven und für jeden Teamchef. Und schiebt hier Augusto Fafus in den Notausgang hinein. Augusto Fafus passt es nicht mehr. Und dahinter die üblichen Rangeleien. Wie wir sehen Oschers Leben in der Anfangsphase kennen. Und Takini ist raus. Der Weltmeister ist in eine Kulisse. Und dann geht's weiter. Fredi Barth im Klinsch. Und er geht der nächste Fliegen. Rade Genet verliebt sein Auto und schlägt. Nicht ein. Der Handel im Kiesbett. Fredi Barth da wo er gestern schon mal auf Abflug. Alain Mehnü in den Mitte. Oh! Und das ist die große Pirouette in der ersten corner. Das war ... Look at this. All diese Leute gehen zusammen. Christian Poulsen da. Und ... Just disasters all over the place in der Reine. Such a low grip surface. Kevin Chen looping himself around there on the outside. Power slide the car off the corner. Maybe Banani's in the grass down the straight. And Muller around the outside. And Monteros. Prio loses it. Oh! That was lucky. Avoided half. But can he get out of the gravel? No. No. And that may be the ... Both the Chevys. Look, he's on the attack already. I mean ... Down the inside. Here he comes. And we follow Tarquini around. And Nuki has put it in the barriers. He's outbraked himself up at Atwood Curve. Loses his back bumper. So Tarquini has the race lead. Front tyres. Going off a bit. Sort of dropping off. Oh! Tarquini! Oh! Gabrielli! No, no, no! Farfus leads. Muller now third. ... in the roads a lot of the time. Henry Ho spins. It's not so bad. But you get into the tight and twisty stuff. Oh! In the background. BMW in the wall. That's Farfus coming towards us. That's Andy Prio. Who ... That's Farfus. And that is definitely car number 11. Andy Prio. So, man who has won here almost every time he's come and has claimed all three of his world titles here is in the wall. Deroyan. 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 Das war Kuto! Und Schrott ist angesagt. Das war zu erwarten. Ein BMW dabei. Prio mit dabei. So wie es aussieht. Nein, Prio war nicht mit dabei. Doch, es war Prio. Meistens noch ganz gut durchgegangen. Hier vielleicht schön zu sehen. Ja, da klingelt es. Ah, ja. Kuto. Wurde auf die Hörner genommen. Wurde auf die Hörner genommen. Von Prio. Oder hat er auf die Hörner genommen. Also er hat einfach mal eingelenkt. Vorne sieht so aus, als ob zunächst ... Oh nein! Deroyan geht fliegen. Oh nein! Freddy Barth, der kommt jetzt ins Feld zurückgeflogen. Nein, nein, nein! Achtung! Das war so schade. Sorry Freddy, aber das war auch abzusehen.